Enthusiasmus! Ja! Yay! Ja, jetzt die ganze Aufnahme wieder... Äh... Alba schuld! Was ist unsere Schuld hier, ne? Ja, wenn ihr so ne miese Stimmung verbreitet! Pralle! Äh... Absolut so! Oh, look at that... ...other... ...Zeichenstil! Joa, so ein bisschen was! Der ist ein ganzes Stück anders, der ist viel rauer! Und so weiter... Hat man, glaub ich, schon mal gelesen! Ist dir eigentlich auffallend, dass Sweet's kleines Anhänger-Läufer-Dingelchen jetzt schwarz geworden ist? Das war vorher weiß, mein ich! Ist grad weggeklickt! Jetzt bin ich schon wieder gelb! Ja, du warst vorher schon gelb! Achso, stimmt! Tschuldig! So, jetzt sollten wir, glaub ich, mal die Türmeer ein bisschen organisieren, wa? Ja, das wär ne gute Idee! Also, ich hab mal einen Streulaser, den Blitzschlag, den Träger als Feldspende und einen Drohenturm! Siehste, ja! Feuerturm, Raketenturm, Fokus, Kairos! Kairos brauchst du nicht, da kannst du irgendwas anderes mitnehmen! Es gibt aber nix anderes, wir haben alle Türme dabei! Einen Minenspender zum Beispiel! Minenspender und ACP haben wir nicht! Und die Gatling, die keinen Sinn mehr macht, weil wir einen Streulaser haben! Ja, dann... Moment! Äh... Achso, Escape, okay! Ich bin nämlich statt der Kairos eben hier, ähm, den Minenspender mit! Jo, da haben wir alles! Alles, was wichtig ist! Mal kurz gucken! Ja, wir haben alle wieder die Testwehrkanone! Ja! Ja! Äh, wir sind zu anders los! Ja, weil nach dem Update ja hier da das andere Ding so UP geworden ist! Naja, so ein UP! Hast du gesagt! Es ist auf jeden Fall nicht besser geworden, sagen wir so! Aber ey, vielleicht schon mal in Level 20 haben wir alle unsere Waffen! Komm ich nur so vorder? Ich spiele lauter als sonst! Ja, da, auch gerade! Einmal! Hopp! Soll mir recht sein, aber... Vor allem lag es wieder stärker als vorher! Haben dich die Einstellungen wieder zurückgesetzt? Ton! Ne, die Musik ist lauter geworden! Die Musik ist... Mh! Die Musik ist immer so ein bisschen im Hintergrund! Da so! Na! Ich mach lieber allgemein und gern! Du bist langweilig! Beziehungsweise... Du kannst die Musik eines Spiels nicht würdigen zu... ...würdigen, was? Würdigen zu würdigen! Ja! Zu würdigen würdigen! Mhm! Hero! Okay! Ja! Ich wollte... Es ist klein in meinem Kopf noch gut! Bis ich es ausgebrochen habe! Okay! Oh nein! Ja, ich möchte die erweiterten Einstellungen ändern, weil es nämlich leckt bei mir aus irgendeinem nicht verständlichen Grund! Ah! Gedanken gemacht haben! Warum wäre jetzt ja einstimmig der Anglässe von unten anfangen zu bauen, damit das... ...wir auch alle... Ja! Konnten wir übrigens... Konnten wir ihn aus, ähm... Senktum-Raus-Tappen problemlos, oder? Ja! Okay! Als wenn es ein Fenster ist! Im Vollbild weiß ich's nicht! Geht! Bei mir! Ja! Weil dann versuche ich kurz irgendwie ein bisschen die Lags zu minimieren! Nach Möglichkeit! Also ich würde sagen wir fangen... ...hier so an! Mensch! Hä! Aufhängen! Nachbauen! Naja! Hier so... Ja! Weil hier ist der letzte Eingang, oder? Äh... Ausgang! Ja! Ja! Hier irgendwo anfangen! Am besten an der Stelle, wo wir diesen... Drohnenturm... Äh... Nicht Drohnenturm! Die... Feuerleitturm? Feuerleitturm und Arm bauen können! Zusammen! Das wäre dann wahrscheinlich hier die Ecke! Na ich glaube das wäre hier die Ecke! Schaut noch besser aus! Ja, aber die ist schon recht nah dran! Aber das ist an sich schon die beste Ecke! Scheint er... Scheint er wenigstens so! Oder glaubst du... Glaubst du man kann hier wirklich einen guten langen Weg bauen mit möglichst vielen Turmen? 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 Ja! Einmal hier so schräg durch und dann eben in Trashen zu teilen, ne? Warte mal mal schauen! Klar, mit dem Feuerleitturm kann auch die Gauss... äh... Die, ähm, Dingsprobleme muss weit genug, ähm... Wissen wir, dass sie ja in irgendwie fünf Blöcke geht, die... Ah, mir fehlen die Worte für alles heute! Jaaa... Zu viel Anglizismen! Das auch! Ne, der... Die Amp! Aha! Die Gegend ampelt! Bööö! 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 Das sollte nicht witzig sein! Pss! War es aber! So aus dem Kontext raus! Autsch! Wo standst du da so schön rum? Ne, mal wissen wir, wo in dem Gebiet die Minen sind? Hm, ich glaub wir haben noch keine gefunden, nein! Ich suche, ich suche! Du gibst erstmal eine Zone, was mit mir weiterbauen können! Ach! Ja, ich hab's noch den ungefähren Weg! Moment, 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 Moment! Wir haben ja einen Rechtskrieg, naja! Wenn du den ungefähren Weg hast, dann setzt du den ungefähren Weg auch... ...möglichst ungefähr präzise ein! Ohi, so viele Tron-Geräusche! Ähm... ...hier würden Minen Sinn machen! Hm... Sieht soweit passend aus, müssten halt hier vorne zumachen! Weil hier bestimmt auch welche rumlaufen! Ah, ein Kacke! Auch wenn's nicht angezeigt wird! Naja, ich überleg bloß grad noch, weil eigentlich wollte ich die... ...von hier dann nochmal hier durchschleusen und dass die dann hier nochmal rumlaufen! Ja, mach mal nächste Runde! Ich mein, die zwölf Läufer da oben, die kriegen wir auch so weg! Ja, aber man muss hier schon ein bisschen planen anfangen! Sicher! Aber wir müssen dann auch mit mehr Ressourcen planen! Weil mit den neuen, die wir bisher haben, mit den neuen Blöcken, kommen wir nicht weit! Das mach ich ja im Hirn! Irgendwann war das seit dem Update so, oder hatte ich das so gesagt auch, dass... ...Sky nur noch nussloser geworden war? Oder wie war das? Ja! Geil! Ich mach so schon den wenigsten Schaden, aber hey, machen wir dich nussloser! Weil... ...du kannst ja eh schon zu viel! Ich mein, du hast einen Doppelsprung, das macht dich OP! Spielen doch was anderes! Ich komm aber mit den anderen nicht klar! Und einen Doppel-Karate-Doppel-Wählen mag ich nicht! Einfach bei Sweet ist mir der Rückstoß was zu hoch! Und irgendwie kommt es mir nicht so vor, als würde sie allzu stark Schaden machen! Ich mein, muss sie wohl, aber es kommt mir nicht so vor! Ähm... Ja, vielleicht nehm ich doch irgendwann nochmal Sweet, muss ich testen! Weil auf jeden Fall... Hast du die Zemo? Nee, Snipern kann ich in dem Spiel nicht! Ach so! So gar nicht! Ist ja egal, kannst du auch Close-Range-Sniper nehmen! Ist gut gut! Das geht aber erst wenn ich ne andere, ähm... Na... Close-Range-Sniper geht nicht so gut! Das ist doch eh so Front-Linien-Back-Line-Magier! Ja... Wenn es nicht mal die Zeit ineinander darf! Ja, eben! So, Türme! So, Kanone haben wir da! Dann packen wir nochmal einen Spreulesen, so viel anfangen! Was wir natürlich auch machen könnten, ist hier einfach ein 3x3-Feld vollzubauen mit Türmen! Ja... Könnten wir hier irgendwo die Ampel installen? Feuerturm hier, oder? Weil wir das 3x3-Feld nicht zwangensweise brauchen, weil die Ampel eh größer wird und mit dem Feuerleitung ja noch größer! Ja, den Feuerleitung hab ich ja auch prassend dabei, ja! Ja, aber ich glaub, das wär mit das Beste! Bei einem langen Weg brauchen wir nicht! Äh, Leute! Hab's doch! Alles ist drin, ja! Was denn? Minenturm! Boah! Hab ich doch so lange gedacht, ich hab ja Minenturm dabei! Ja, ist gut, pack mal hier irgendwo hin, da wo er nicht stört! Ja, auf mich! Na, genau, na klar! Ich werte noch gleich mal auf, weil... Mehr Minen sind mehr Minen! Dann sollen wir mal hochgehen! Nimmst du die Minen? Okay! Ich hab noch 200 Punkte! Ähm... Haben wir noch was zum Abwerten? Abwerten, genau! Abwerten! Okay! Ne! Haben wir nicht mehr! Dann... Kanonenturm, Fokus... Äh... Ja, vorerst mal, egal! Das sind bis 12 Läufer! Okay! Fokus... Lass mich den richtigen... Weg hier finden, weil ich mich auch auf jeder Map kaum zurecht finde, weil ich mit der Minimap nicht klarkomme! So! Ja, genau! So, das war knapp, Simon! Ja, war's! Hast du den gefährlichen Sprung gemacht? Ja! Den wir alle immer verhauen! Jo, ich anscheinend nur hin und wieder! So! Fett fett! Okay, ready! Let's get started! Du fliegst nicht so weit! Sie sind auf der Weg! Okay! Ich bin schwer gepanzert! Hi! Ah, die geht nicht weit genug! Nee! Nee, okay! Näher ran! Und weg ist er da, Simon! Äh, das war DER Ventilator, glaube ich! Ja! Ja! Ein erschreckendes Du 1,5-2,5-6,5-6,5-7,5-6. DER! Und weg! Das war der Weg! gelaufen ich schaff das ich schaff das ich kräft also wir wollen machen erst mal in so ein blödes loch fallen hier vor dann können wir die sogar noch weiter rumlenken wenn wir das hier zu machen das ist kein problem bau so wie dir du hast ein bisschen mehr ahnung davon im moment weißt du ungefähr man kann man hier so schön drei mal drei da muss man aber welchen packen die auch weit genug schießen alle ach die schießen ja automatisch weit genug mit dem amturm der arm und dem ja ja und dem weiterer eine frage wäre jetzt wissen die türme wirklich hier stehen können wir nicht mehr was weiter nach vorne packen ja da ist nicht so viel platz ich will halt so viel türme wie möglich in amt und den range haben davon abgesehen musst du wissen wenn du mal den untersten ausgang anguckt du kannst nicht viel weiter nach vorne platzieren simon genau die kleine eine ecke und dann die andere ecke gleich direkt am ausgang und dann musst du irgendwie drei wege frei halten das ist mein grund so den hatte ich jetzt von hier focus focus wohin lasst erstmal die erstmal waffentümer ja was meint ihr focus wohin ja moment so focus 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 da der eine recht große range hat ist es fast egal ich würde ihn vielleicht so möglichst richtigen map mitzumachen also da oder daneben ja ich bin mir nicht sicher ob am ende der der bildturm da noch rein passt mit dem ja doch normalerweise schon zweieinhalb geht ja noch in den kanonenturm rein und dann macht der erweiterer dings da ne geht er doch da rein ok ja ja wenn mir noch jemand punkte gibt kann ich ja gleich den erweiterer hinpacken jo marius hat ja genug du weißt schon ich brauch noch ein paar mehr punkte für den erweiterer so viel kostet denn der ich bin doof ich hab grad falsch rum gedacht tja ich kann nicht lesen ich bin heute nicht mein tag kann ich nicht lesen heute ich werde ihn gleich auf weil der funk ist er hat aber eine mini range die türme in der direkten umgebung soll ich den noch zu Ende aufwerten oder werte ich erstmal den hier auf 3 auf werte erstmal den auf 3 auf und dann blitztrum vielleicht auch noch genau da sind nur noch 25 die er fehlt für zwei ja schaut doch schon mal gut aus die restlichen punkte packe ich den ersten mal in die arm rein schau mal weil die bringen ja auch so schon immer was ja wunderbar es fängt wieder ganz oben an okay also nämlich die rechten sind neu die rechten wo die rechenviecher die angezeigt werden die rechten ah ich hab rechen verstanden was meinst du mit Gartengeräten hä? Rechen? ja das hab ich wirklich verstanden ich mein hier ist ja überall Wald ne kann man schon mal eine Rechen brauchen nein falls selber wohl alter irgendwie ist die Sprungphysik für sie aber auch ein bisschen anders gegangen äh da kommen wir demnächst noch vor oh well so was seid ihr? nochmal langweilige Läufer Hüpfer oh Hüpfer ja das sind tatsächlich Hüpfer das hätte ich jetzt nicht erwartet alter meine andere Waffe ist einfach nicht weit genug ah ach die Hüpfer ignorieren einen aber die heißen wirklich Hüpfer die heißen Hüpfer die heißen Hüpfer ja ich bin nicht unbedingt dumm also ich verfolg die einfach mal die ersten boing na wir sehen aber das sieht aus wir sind ein Stück schneller als du normal gehen kannst ah nö alter die haben eine winzige Hit-Range das glaubst du nicht die haben zu viel Leben für die winzige Hitbox aah alter den hab ich da hinter mir Topos regelt wenn sie dann soweit kommen leider den den die den die den den wo den der ist ja ich kann Au! Wo? Wir springen über Barrikaden! Das macht irgendwie Sinn. Hatte ich aber jetzt nicht erwartet. Vor allem weiß ich nicht so ein bisschen geschossen aus. Dann ist es mit dem 3x Treibstand sogar ja richtig geil. Da können sie nicht drüber springen. Oh da! Oh, die Zeitnerd! Yay! Erstmal hier hüpfer-sicher machen. Ich pack gleich noch einen Raketenturm hier rein irgendwo, ne? So, du bist maximal... Oh, der hat einen riesen Range jetzt gekriegt. Und du bist maximal. Sorry, ich wollte ihn da einmal kurz abgestellt haben vorerst. Ja, also die Amp reicht auf jeden Fall auf überall hin. Was? Der hat eine riesen Range. So? By the way, ich spucke aus dem innersten Bereich. Ich bleib hier unten. Ich sag's nur mal. Ist gut. Mal schauen, wo geh ich denn hin? Ach, geh ich nach oben. Lass mich jetzt für den Anfang. Ja. Na, ich bleib erst mal unten. Ach, Rhinos. Woah. Okay. Wollt ihr Rhinos? One-Hit-Skill. Woah. Und Brutbitter. Wie du einfach immer die Last Hits machst, praktisch, ne? Ja, aber das ist gut. Ich hab Leichenexplosionen. Ja, aber das gibt dir praktisch eine höhere Effizienz. Kann gut sein. Esau laufen eben zickzack die Rhinos. Das macht gerade für die keinen Sinn. Hier kommt einiges. Was? Ich seh's. Ich liebe es hier, wie die Kurven nicht ausstehen können, ne? Ich bin hier runtergefallen. Oh, ist hier noch irgendwo einer? Ja, die ist noch da oben. Ja, ja. Da. Bei Rhinos hier an der Kurve zu stehen ist einfach voll perfekt. Da. Headshot voll ins Knie. Voll ins Knie. Headshot ins Knie? Headshot ins Knie. Ja, ich glaub da dringen wir alle 10 mehr unter. So. Passt gut. Die guten Tümmel müssen alle hier rein. So. Einmal Mine fällt. Also all meine sinnvollen Türme sind bereits gesetzt, also. Boah, da würde ich zu gern jetzt ne Gauss hinsetzen. Jo, mach mal. Setz die aber nicht da hin, sondern irgendwo anders hin. Ich glaub der beste Platz ist, da wo die Minen stehen. Ne, nicht abbauen. Ne. Ne, sonst gehen die Minen da unten am Kern, Alter. Flöten. Oh. Kacke. Wissen, wie sag ich so, irgendwie mal, wenn die nicht stört. Ähm, Drohenturm. Wie wär's damit? Chaos. Ja, und jetzt? Hallo? Na ja, warum nicht. Brauch's halt irgendwo hier vorne hin. Oh. Oh. Oh, was weiß ich. Ich liebe es, wie alles jetzt einfach ne riesige Range hat, ne? Riesige Range. Riesige Range. Ich hab mich verbessert, Leute. Ich find das so geil, wenn man deutsche Wörter Englisch ausbringt. Ich hab mich bereits verbessert. Danke schön. So, soll dir noch was hin von mir, oder nicht? Du könntest höchstens deine Tower abgeben. Ja, das kann ich machen, aber wohin damit? In Markus' rein. Das hab ich doch schon gemacht. Und du gibst mir jetzt deine Türme. Toll. Hast du super gemacht, Simon. Hab ich das? Ja, du hast sie mir gegeben, nicht Markus. Ja, egal. Dann kannst du sie Markus geben. Dann tue so als besser nützlich. Indem du ein Turm-Klotz-Relay spielst. Weißt du, ich muss mir sowas nicht anhören. Kannst du aber. Verlassen. Wow, sind so viele Minen. Jo, deswegen sag ich, wer schadet, wenn ihr all wegwernt. Ja, auch. Haben wir eigentlich noch so slow des Plämpfers? Die wären cool. Gib mir Punkte, dann kann ich die einbauen. Ich hab keine mehr. Wohin? Schön, die können ja auch wieder überall hin. Ja, Baus. Und doch am Range. No. Kann die geab werden? Klar. Ja, genau. Ansonsten würde ich natürlich sagen, auch in die, auch in die, auch in den Feuerverstärker-Range. Weil ich meine, stärkere Verlangsamungen könnten die bestimmt machen. Ja, genau. Ich kann nur einmal aufwerden. Okay. Platzier mal eine. Oh, Moment. Mal schauen, so strategisch hat es günstig. Hier. Ja. Ist es größer? Ja, oder? Ich glaub fast schon. Hier ist ein Stück größer, ja. Und das ist grad mal Level 2. Sehr gut. Ich würd' sagen, vielleicht so ein kleines Stück. Und haucht langsamer vielleicht sogar? Kann sein. Scherze sagen. Ja, kann sein, dass die Amte es eben doch beendet wird. Ja, deswegen hab ich ja gemeint, dass es in beide rein soll. Ähm. Tja. Ich hab noch zwei Tower. Wir könnten da oben auch was mit der Amte stärken. Willst? Ja. Würde noch passen. Ich weiß nicht, ob die wirklich sollen für mich da hochreicht oder nicht. Doch eher die Kugel ist, die angezeigt wird. Das ist die Kugel, die hier angezeigt wird normalerweise. Dann reicht die auch da hoch. Eigentlich ja nicht. Die Amp reicht... Ne, die reicht ja nicht hoch, ne. Die reicht ja dann vorbei, wenn du dir die Kugel anguckst. Welche Kugel? Die Strahlenkugel, die außen rum geht. Diese Sphäre, die sich schön dreht, wenn du über den Teil drüber happerst. Achso. Ja, ich gucke immer nur auf die, ne? Ja, das ist nicht so schlau. Die geht davon aus, dass du auf selber Ebene guckst.